Liebe Schmittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Counter-Strike Global Offensive mit DJ, Kirstenmark, Pete und Brammen. Jawohl, ich smoke Christian. Und Christian, richtig. So, jetzt ficken wir die mal richtig. Ich hab ne Flashbang dabei. Gehst du runter, Brammen? Ne, ich bleib immer oben am Anfang. Außen einer oder zwei. Nur einen auf der Map, Jay. Also du hast nur einen gesehen. Ich hab aber ne Nate und zwei, drei, drei seh ich. Ich geh schon mal runter. Ich geh schon mal runter. Ich geh auch runter. Ich hoffe ich kriegt das hin hier. Brammen. Die sind noch nicht durch, oder? Doch, die sind schon durch. Die sind schon Secret mit Sicherheit und die unten ein bisschen früher sagen können. Jawohl, einen hab ich Shadow, ne Secret weg. Der Rest ist unten. Ich glaub, nicht hier einer? Ja, geht doch mal. Einer ist Tür. Einer ist Antitoxic. Einer ist unten. Nice, das Toad. Fenster muss leider sein. Der ist tot. Fenster und Antitoxic muss leider sein. Drei sind da noch. Drei sind da noch. Sie entschärfen, du schärfst doch jetzt noch nicht. Ich dachte, die waren alle weg. Warum? Drei sind da noch nicht. Was? Ich hab gesagt, was? Zwei Sekunden vorher hat Bram noch gesagt, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich entschärf. Ja, was? Voll geil. Also Clara hätte die Ansage ja wohl nicht sein können, oder? Ich dachte, ich dachte, ich dachte, mein Headphone ist sein, wenn ihr tun seid. Mein Headphone war gerade so laut, dass das genauso laut wie mein Sprechen war. Ja, das war echt krass. Peter schreit nach oben. Ja! Ohne Schock. Einer ist Antitoxic, einer ist mindestens Toxic. Alles gleich defused. Aber durchziehen ist halt geil. Ich dachte, du fickst halt an. Ja klar. Ich dachte auch, dass du anfickst. Alles wie bei COD, einfach durchziehen damit rechnen. Hat sie wirklich... Einer hier rampt. Äh... Naja, hatte ich nö. Komm vor, komm vor. Aua, aua, aua. Ja, wir müssen warten, sonst machen wir den. Ich geh zu Peter. Die sind durch. Drei. Drei Rampe mit Bombe. Da ist der. Einer sitzt Lobby noch, hat mich gemacht. Einer sitzt A-Spot jetzt, aber nicht die Bombe. Zwei gehen A oben. Zip. Ah, hinten bei uns am Spawn ist einer. Nice Zip. Lol. Ohne Ziel. Alter. Alter, was ist denn das denn? Drei Stück bei uns am Spawn. Alter, das ist voll weg. Hättest du dich mal drei Headshots verteilen können für vier? Haha, wie sind alle angesprungen? Komm, die Uhren. Ja, alle rappen jetzt in der Leiche. Alter Faller, ey. Achso, ich hatte übrigens, da wir ja schon mal die Diskussion hatten, so mit, äh, wann wir in den Losers' Round sind oder so. Losers' Round bist du nach zwei verlorenen Runden und dann wird dann jede Runde 500 Dollar Geld Credits nehmen. Nice. Also bist du, wenn du nix kaufst, nach zwei Runden eigentlich auf genug Geld, um zu kaufen. Ja, aber die Glocke ist scheiße. Ähm, die USB. Okay, Jake geht nicht mehr außen. Ja, aber dann sparst du trotzdem eine Losers' Runde. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt... Was ist denn denn jetzt auch? Ich hab da nix gesehen. Oh leu. Außen einer durch. Außen einer durch. Außen einer durch. Sie sind schon Secret. Sie sind schon Secret. Ja, vier habe ich glaube ich gesehen. Und ja, die sind schon unten B. Hier sind Secret. Bram, guck mal, wir sind wieder die Einzigen. Nice. Das war mal ein Schnitt, ey. Headshot, Sepp, Headshot, Bram. Alter, was... Ich war so krass schnell tot. Ich konnte nicht... Alles klar, jetzt machen wir das. So, ich hab meine Waffe Pepp-Schmier, jetzt geht los. Pepp-Schmier? Ja, okay. Pepp-Schmier. Christian, ich kann die flambieren da, wenn die da durchwollt. Ja, ich hab... achso. Flambier die mal, Peter. Dann behalte ich mir die Smoke. Ja, genau. Oder soll ich die Smoke mehr flambieren? Ich weiß da nicht mehr an wen. Ey, wenn die da durch die Smoke kommen, bringt mein Flambieren nix mehr. Dann könntest du ja davor schmeißen. Na egal, ich lass die. Nala, ey. Was die machen hier. Ja, dann waren halt die 3 Losers Rounds mit, mit der Pistol. Ja, aber trotzdem einer ist ziemlich gut. Der ist vor, der ist vorgekommen. Der ist hier durch! Alter, Christian! Wie, wie, wie... Christian, der ist heute da durchgesprungen. Was soll ich machen? Komm zu Christian. Ich wusste nicht, dass der vorkommt. Ramp 2. 2. 2. Wow! Boah, Alter. Das ist ja keiner. Einen weg in Lobby. 3 Wamp. 3 Wamp. Ich kann gerade irgendwie nicht spielen. 3 Wamp. LOL! Hat er dich mal weggemacht. Alter, fand ich da unten, dann fickt der mich ins Knie. Alter. Der plantet gerade. Ja, erstmal die Waffe angucken. Lass mal die Waffe angucken, ey. Rass dich. Hauptsache, er kriegt nicht die 4 auf. Ich hab eben erst verwechselt. Warum? Huch. Hauptsache, er kriegt nicht die 4 auf. Schieß mal, Jay. Dann... Na, was war an? Entschuldigung, da musste ich aber lachen. Das war lustig. Ich war auch ganz schön fair. Leute, Leute, drückt mal... Das war ein Wurf, ey. Drückt mal bitte Tab, ja. Drückt mal bitte Tab. Wofür? Weiß nicht. Nur mal so. Wofür? Ey, krass, ich hab ein Assis, jungen. Voll gut. Willst du zeigen, dass du zwei geile Kills gemacht hast, oder was? Wow. Ja, dass ich immer noch nicht der schlechteste bin. Das ist ja der Knaller. Oh, wow. Die haben 7-0, 5-1, 4-0. Also, wenn das passiert, als das schon scheiße und was schief läuft, deswegen werde ich jetzt einfach dahin rennen. Zwei außen. Radio ist frei. Komm, es geht einfach keine Sau. Blitz ist frei, Lobby ist frei, die gehen außen rum. Ja, go. Der deckt einen da hinten ab. Bin tot. Lobby ist der. Der ist schon Secret. Jetzt hast du mich die Wand hier geschossen. Yeah, ich hab einen Kill gemacht. Ja, ich hab einen Kill gemacht. Jawoll. Zwei, zwei Secret. Außen. Nice. Schön, Christian. Aber da kommt die AWP. Nee, die wird mich... Ach, die sind unten. Der ist unten, ja. Erstmal, erst mal das Gitter verfehlt. Weißt du dem grad einen Schönen Headshot geben und dein Gitter dann verfehlt. So, geh ich jetzt direkt drauf oder? Ja, direkt drauf. Willst du nicht die AKs safen? Echt jetzt? Okay. Wir haben noch so viel Geld. Wir haben noch so viel Geld. Aber gut, du spielst doch gegen zwei. Willst du die nicht machen? Ja, wobei gegen zwei, ja. Wow, sind ja nur zwei. Da einer? Nee. Oder da unten. Unten ist auf jeden Fall einer. Also einer ist direkt hinter mir. Rechts oder links? Links. Vielleicht haben die dich einfach verarscht und sind weggerannt. Oh, krade. 66 in zwei. Ach, der andere war auch da. Was tut, wenn man als Tee fünf Runden holt, ne? Ist glaub ich dann nicht so schlecht. Peter, ich fäng ich snibber da jetzt rein. Du snibber? Okay, dann kann ich ja trotzdem brennen. Mach was du willst. Okay. Hey Peter, ich glaub die mögen dich, oder? Kann das sein. Wir sind grade im Free Mode, Peter. Bei 05. Wir machen das jetzt. Die brauchen noch zwei Runden, dann sieht das schon nicht so gut aus für uns. Wenn wir euch 16-0 drücken, ist der er drin. Nice! Ich glaub Pommes war... Der hat ne Aave gedroppt, falls hier einer will. Was? Boah, ich kann grad nix, was da zu kratzen. Rampe 2 durch. Ja, Rampe durch. Die kommen wahrscheinlich mit meiner AWP. Ja. Der ist der erste Schuss im Sitzen. So, erstmal Flash. Nice, Jay. Ich geh da. Guck, weder links noch rechts. Aua. Ich trau mich irgendwie nicht. Oh, da ist noch einer. Die Aave ist, glaub ich, hinten. Was sind die denn? Wo ist hinten? An der Truffle. Der sitzt da und guckt da so schön drüber. Ja, ich guck mir B-Spot einfach an. Aber jetzt sind noch zwei, ne? Jetzt sind noch zwei. Einer läuft bei mir rum. Einer ist Pommes. Und einer ist Shadow. Die sind beide A. Okay. Ah, der ist schon unten an der Bombe noch. Nice, Jay. Shit. Der plantet. Der plantet. Der plantet. Der plantet. Der plantet. Bei A. Bei A. Der sitzt da noch hinten. Oh mein Gott, Jays Runde leckt mich am Arsch. Vier Kills. Vier Kills. Aber vier Kills ist hier. Das ist schon echt gut. Hast du gerade wieder aus Versehen die Taste gedrückt, Jay? Nein. Nein, wirklich? Kann möglicherweise sein, dass... Ich weiß gar nicht, was da ist für eine Taste. Haben wir zu viel... Ach, Quatsch. Ne, da ist bei A nach links lehnen bei mir. Keine Ahnung. Nach links lehnen? Rechts. Wann hast du dir jetzt gekauft, Christian? UMP. Okay, okay. Dann smoke ich, ja? Do it. Uiuiui. Drück mal eben Tarn. Oh ja, Jay hat Tab gedrückt. Das ist... Scheiß auf Schrockrichtlinie. Das ist vorstimmst hier erst recht vollkommen. Ja. Oh, ich müsste aufstoßen. Ja, hier ist Steps bei Lobby. Radio. Einer ist auf jeden Fall wieder außen. Ja, Radio, ich glaube ich auch. War auch nur von einem Steps. Ich glaube, der piekt... Er hat einfach geguckt. Ja, aber das ist wieder der, der um die Ecke springt. Nice Jay. Schön. Die gehen gerne lang außen. Die gehen gerne lang außen. Der ist durch. Der ist schon hier vorne. Overmane. Boah, nice, wie wir den weggemacht haben. Overmane. Zwei Stück auf jeden Fall außen. Und einer ist auf. Siehst du da noch einen, Christian? Nee, ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Ich sehe auch keinen. Der kommt. Lauf den ruhig hinterher. Was der Zeige ist. Ja, der hat die Bombe gerade gespottet. Die sind im Vent. Da hatte ich die Zielerzeige. Komm von Ende. Oh, da habe ich richtig. Da habe ich da raus. Bombe, Bombe. Der Spot ist einer. B. Spot ist der genug. Komm von Ende. Einer hat A. Komm von Ende. Einer hat A. Komm von Ende. Schön. Ja, egal. Ich habe auf A trotzdem weggemacht. What the fuck? Was schießt der? Der ist da unten irgendwo. Der ist mir auf der da reingeschmissen. Wo ist der? Warum heißt die Waffe der von der Pabschmier? Der ist eine Zeit lang. Der ist Pabschmier. Junge. Was ist denn Pabschmier? Du hast den gerade untergelaufen hören, Bram. Da ist. Abheb ich mir so eine Naxikanone, du Infant, ey. Wird Pabschmier geschrieben? Weiß ich gar nicht. Ja, wer kennt sich? Bram, kannst du mir deine AOG geben? Kannst du dir den Arsch haben. What the fuck? Danke. Hattest du dich jetzt mal auflegen lassen sollen, ne? Kennst du ja auch meinen? Alter, antwortet und ich komme. Peter ist wieder... Ich glaube das ist der Sänger von Xatar oder so. Oh Spaß ey. Mit dem da spielen. Ich bin gerade einfach scheiße. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Seitdem ich DMG bin, bin ich richtig kacke. Bist du kacke. Ja. Ja, das stimmt leider. 0-7. Oh ne Spaß, so scheiße bin ich nicht immer ich. Einer ist Pommes. Zwei sind Pommes. Einer ist Pommes. Ich glaube die gehen langsam an. Ich habe noch Brandgranate Christian. Guckst du Pommes eine Seite, ich guck die andere. Ich guck Pommes hier. Langweilig. Ich denke die werden wohl die Ausbau machen, ne? Ja. Die werden gleich irgendwo reinpreschen. Ja. Gernade. Deswegen habe ich auch noch alle Gananten aufbewahrt. Peter hat doch einfach alles weggeworfen gerade. Ist ja doch noch was geil. Ja, Flash hier unten. Pommes. Ach komm. Scheiße. 2A, 3A. Oh shit. Da lebst du noch? Die dicken noch. Ich bin main. Ich komme über Lobby. Oh die haben mich zugesmokt. Oh die haben mich zugesmokt gerade alle. Ah beide. Oh haben mich auch weg. Ah kacke. War das safe oder? Der letzte. 4. Achste alle. Wir safen. Oh shit. Roll this back home. Scheiße. Wir wissen wo du bist. Oh shit. Scheiße. Ahhhh. Er hat einen Töter, einen Gegner getötet. Keine. Er hat einen Töter gegegnet. Töter gegegnet. Yes. Fette Echo. Ah ja gut. Peppe, ich fette auch auf Echo. Ich mach jetzt circa Diegelklicks. Ich geh mal gucken, was die Sofa ist. Sollen wir nicht mal alle zusammen hier außen über Ramp gehen? Außen über Ramp. Außen über Ramp. Außen über Ramp. Das ist außen über Ramp. Geht über Außen. Hier die Ramp runter. Und jetzt. Hier die Ramp runter. Außen über Ramp. Das wird flashen. Ja, flash mal. Ramp. 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 Auf jeden Fall Außenbad. Ja. Nice. Natürlich stablich. Nice. Ey, das gibt sich, wie sehr ich verzogen habe. Der mich getroffen hat. Ja schön. Ganz geil. Drei Waffen haben wir jetzt abgesnackt. Ja. Nein, noch einer. Ah, scheiße. Ich bin gelaufen. Da ist noch einer. Da, wo wir den anderen gerade getötet haben. Den hast du getroffen. Der hat nicht mehr viel. Drück den mal an. Ich hab den auch noch verdrückt. Den mal hin. Da steht ne Haare. Die stehen in Lobby. Zwei. Einer links. Einer rechts. Links von dir. Einer links von dir. Ah, scheiße. Das waren die sicken Klicks. Hab ich ja genau gesehen. Die sicken Klicks. Dabei hat mir die beste Accuracy. Das kann wohl nicht wahr sein. Hast du ne Ahm? Na läuft ja? Na Echo. Jo. Echt noch ne? Ja sogar ne ziemlich krasse. Echt? Wundert mich grad voll hart. Äh, so viele Runden haben wir noch nicht verloren. Ne, war jetzt hier erst. Hab ich gedacht, da ich nach einer Echo hätte Christian genug Geld, um wieder zu kaufen. Ich hatte hier auch nicht genug Geld. Der auch nicht. Bisschen, du musst besser mit den Finanzen umgehen. Ja, mit der scheiß P2000 kann ich halt gar nix. Boah, außen ist jeder was? Tusch mal wieder, oder? Ich kann auch, was da außen ist. Ja, mehr als sterben. Einer außen. Direkt um die Ecke steht einer. Kommt jetzt. 51, kommt jetzt. Kommt jetzt. Fick ihn. Fick ihn. Fick ihn. Der hat mich schon 50 gedrückt. Ja, fick ihn trotzdem. Oh, Bombe. Grenade. Alles klar. Da ist noch einer Lobby. Ohhhh. Okay, gehe ich alleine vor. Hallo. Ach, der andere kam von hinten, oder was? Ne, das war der gleiche. Deswegen hintereinander... Jetzt haben wir keine Echo mehr, ja? Ja, super. Ey Sepp, leg mir mal ne Arme. Was willst du? Äh, mir egal. 3, 8, GG. 0, 10 GG. Keine Pistole. Ja. Keine Pistole. Ja. 0, 10, Alter. Mach doch den Sepp, oder was? Gratis. Nicht so gut. Aber 5, 10. Also, James Bond hatten wir ja schon öfter. Aber, man... Die hätten wir irgendwie noch nix. Du bist ein Stormtrooper. Oh, Awe Brampe. Ja genau. Fick dich doch einfach. Jedes Mal dieser Spacken. Der springt einfach um die Ecke und drückt hier den Header. Ist klar. Bamm unten an der Tür war einer. Ja. Ach Kacke. Alter, 50, 60 hat er gedrückt gekriegt. Ja genau, räucher ihn aus. Bombe legt A-Spot, Bombe legt A-Spot. Oh. Peter, dein erster Killen. Ja, Peter. Jetzt geht aufwärts. Grenade. Ja, Mann. Kann nur besser werden, Peter. Warum liegt A-Spot hast du gesagt? Ja. Also ne Awe habt ihr noch? In den anderen weiß ich nicht. Jetzt geh ich, ne? Unbelekt A-Spot. Ja, zwei Gegner habt ihr noch. Da liegt ne Awe übrigens, ne? Ja. Immer noch, ja. Stich für die Awe. Außen. Au. Außen einer. Ah, der war ganz außen. Bommes. Kurz jetzt die Bombe. Peter. Oh nein, Peter. Oh nein, Peter. Oh nein, Peter. Du bist doch so ne Wurst, Alter. Die sind aber auch gut. Das ist richtig, Echo. Peter, da spielst du eigentlich ne... Alter, wir können doch nicht jede zweite Runde Echo haben. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, natürlich. Wenn wir auskaufen und dann halt die ganze... Ja, aber du bist der Einzige, der jede zweite Runde Echo hat. Ich hab auch Echo. Warte, wo hast du den Echo? So, hier die M4, die kostet mehr als 2,7. Das ist hier nicht, äh... M4 brauchst du nicht. Warten, du hast Kills. Das kostet, äh... Da kriegst du ja auch mal mehr. Ja, das ist... warm. Ja, ich hab wohl mega Kills mit 6, ey. Leg mich am Arsch, Alter. Ich bin absolute Frack-Machine. Ich hab ihn allein gemacht. Einen hab ich nicht. Aave hat mich. Ich hab dem Henner gegeben, aber der steht rechts um die Ecke, kommt jetzt vorne. Außen ist ne Aave. Scheiße. Die ist jetzt relativ aus uns schief schon. Ist da noch einer durch, Sepp? Nee. Dann ist da noch einer rein. Immer noch die Aave, die jetzt von hinten euch ficken kann oder in Secret ist oder wo auch immer. Ja, Jay, hab ich mitbekommen. Ich will keinen. Die kommen von hinten, ja. Jetzt gucken wir mal, Sepp zu, Alter, jetzt macht das. Ich sag, wenn Sepp einen Gegner sieht, stirbt Sepp sofort. Die AK sieht gar nicht mal so hässlich aus. Sieht enthässlich aus. Hinter dir. Hey, Sepp, da wo du gerade hingeguckt hast. Hinter dir. Der plantet ein Aave. Der plantet ein Aave. Der plantet ein Aave geplantet. Ach komm. Push die Aave. Gleich doch. Nice. Push die Aave. Fick dich. Push da ab. Da kommt P90, alles klar. Ja, hier. Komm. Ab in die Lobby. Kriegst er jetzt hin, oder? Kaufen, kaufen, kaufen. Oh. Ab in die Lobby. Jetzt geht los. OMG. Hatte gestern Geburtstag. Jetzt können sie erst mal einen Screenshot machen, ja. Ja. Folge wird nie veröffentlicht. Sorry. Was schreiben? Was schreiben die denn jetzt schon wieder? Ich weiß das nicht. Die lieben dich. Ach, wir sollen schreiben und der hatte gestern Geburtstag. Oh, außen. Oh, lol, ich hab doch, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Geh mal rücken. Ich bin raus. Ich geh mal nach außen abfangen. Die sind schon Secret übrigens durch. Einer ist Secret durch. Wir haben mindestens zwei. Was nicht gut unten ist? Oh. Wo ist der Christian? Der ist hinten. Bommel liegt draußen. Bommel liegt draußen. Ah, jetzt hab ich aufs Radar geguckt. Mann. Müsste Secret sein, oder? Einer ist unten Secret. Einer ist unten Secret, ja. Der kommt jetzt hoch, Bram. Pass auf. Ja, aber hier ist noch einer. Der ist der letzte. Ich komm von hinten. Der letzte, Bram. Der da unten ist. Oh, oder? Egal. Müsste ich die AK nehmen? Ach, lächerlich. Nice. Sehr schön. Easy. Pro 90 FCW, Alter. Jetzt geht's. Sehr gut. Sehr gut. Ein Kill gemacht, außer mit der... Äh, aber. Das sind auch immer übelst viele außen. Jede Runde ist echt gemacht. Jetzt bin ich außen nie so beschäftigt. Du machst das mal ganz kurz. Ja, ich mach das auf jeden Fall. Ja, ich mach das auf jeden Fall. Gehst du jetzt durch, oder? Genau, jetzt durch. Wow, 15 Jahre und er spielt Counter-Strike. Ist der behindert? Echt mal, wie kann der nur? Spielt das ab 16? Auslust keiner. Ja, echt mal. Er hat schon seinen Grund, hat er dann ab 16, lieber Peter. Da ist noch ne AWE. Oh. Okay, Lobby. Lobby steht die Bombe. Ja, da steht doch nur ne AWE. Ach komm, mach der mich sofort mit seiner scheiß AWE. Ich steht über Blue auf Lobbyseite, Peter. Oh wow. Wo habt ihr mich denn gesehen? Ich wollt grad sagen, weil dir war doch gar keiner im Bild. Über Blue. Über Blue. Oben drin. Also da oben. Moment, wo guckst du hin? Ja genau, da oben. Ist er da oben? Über Blue. Nur in Lobby. Ach. Bombe Rampe und noch eine Rampe. Das sind zwei Rampe. Hinten drüben einer, wo wir die Smoking schmeißen. Peter geht um B. Ich folge dem. AWP ist Rampe, ne? AWP und AK. Oh, der weiß doch nicht in Folge. Können mir vorstellen, die Heaven gehen. Ja, sind sie. Ich stell wieder die falsche Taste. Erst. Zum dritten Mal, ey. Ja, schon wieder. Oh nein. Direkter Lease. Nee. Komm nicht auf mein Fenster rein. Ich muss jetzt die ganze Zeit Zirpen grillen hören. Das Zirpen grillen hören. Ach, die Huren. Die haben den Wind nur so kaputt geschossen. Das ist leider nur runter gegangen. Ja. Trampeln noch ein bisschen mehr rum. Der verwirrt die dadurch. Das ist taktisch. Guck die, wusste nicht wo der ist. Und indem er auch daneben schieß, da verwirrt er die auch. Und ich führ's da auf. Krass. Alter, ist das... Ich kann gerade gar nix, außer wenn man vielleicht mal was mit der Arme, ey. Nice. Letzte Runde der ersten Hälfte. Alles klar, erst mal 95 kaufen. Ah. Ah, immerhin noch ne Waffe gekauft. Das ist nicht mein Match, wa? Klar, Granate. 1,13. Du bist so ein Brauer nicht. 1,13 ist schon... Das ist schon geil. War geil, mit ner Sniper ne Decoy geworfen. Oh. Was machst du denn du? Keine Ahnung, dass mir das... Pommes ist... Das sind so welche auf jeden Fall. Grenade. Ja. Der zwischen mir. Pommes zwei, Pommes zwei... Einer noch. Der ist zurückgegangen. Also... Ja, der ist außen. Zu seinem Spawn zurückgelaufen. Bin jetzt B. Also die sind auf jeden Fall Waze. Da ist gerade einer... Da hat einer gerade hier. Einer ist außen. Ich bin grad gegen die Arme. Einer ist Lobby, der ist down. B. 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 Hier ist der blaue, ähm, blaue Container in A drin Ja, aber da bin ich doch und da war doch die Bombe Nee, die Bombe liegt doch hier vor mir, da, die ist Lobby War die nicht bei mir vor mir? Weil die auch aufgeplinkt ist, als ich den getötet hab Boah, Alter, hast du die beiden? Okay, erst klar Ah, ist klar Tu mal die Bombe, ach du hast die Bombe Dann gehen wir außen, ich hab mal Smoke holt Ja We must move Da 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 Verwechseln nur durch dein Messer, äh Verwechseln durch dein Messer mit Messer angucken, ja? Ja Danke Viel Erfolg Easy Smoke Smoke Ich bin schon unten Und Pericast Die verfolgen mich Ich bin schon Ah, da ist er tot Bombe wird sofort Nee, wird defused gerade. Nee, wurde ein defused. Wurde ein defused. Links steht auch noch einer. Oh nein, der kam aus der Wind raus. Der kommt unter. Kacke. Bombe wird defused? Nee. Oh, einen tot. Bombe wird immer noch defused. Ach klar, wir sind alle tot. Ja, ich wollte ja trotzdem sagen, ich bin immer noch defused. Schade. Ja, die kennen uns. Das war eigentlich dumm. Ja, die kennen echt uns. Das ist so. Ah ja, Windrush. Go, go. Jetzt hörst du doch einen Windrush. Ja, wir machen auch jedes Mal ein Windrush, wenn wir können. Ja. Lass einfach außen gehen, sonst hat es nicht mehr funktioniert. Machen wir das auch immer. Was? Demo Play. Geh weg. War verwirrt. So, gucken wir mal auf. Counter-Strike macht auch tatsächlich echt Bock. Ich bin echt die Zeit so auf die Schuhe. Alles klar. Loil. Ah ja, genau, gib dir Mist. Oh, der gibt, weißt du, die Kugel. Geh weg. Geh einfach diese Runde. Geh doch selber weg. Haha. Tschüss. Natürlich. Ich hab den nicht getroffen. Oh, Jay. Das rennt. Das rennt, Jay. Nice. Das läuft. Ähm. Nice. Die haben sich gegenseitig gemacht. What the fuck. Ja, Jay dreht auf. Jay dreht auf. Und. Jawohl. Der ist wirklich vorbei. Da ist nur noch einer. Der macht euch ja die. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Wie lange hat Waffe wechseln gedauert hat. Ja, ich bin fuck der shit. Oh Mann. Du hast wieder zuerst F gedrückt. Nein, hab ich nicht. War aber richtig nice try. Muss man nur sagen. Ja, wir können kaufen, ja? Ja, wir können kaufen. Alles klar. Mann, ist das enttäuschend. Das ist aber ganz schlimm enttäuschend gewesen. Außen rum. Gib ihm. Mann. Warum läuft Christian eigentlich immer anders, wenn der Rest, wenn was angesagt wird? Was ist der? Angesagt ist außen. Außen. Oh, die Rushen. Ja, dann hat man A, oder? Achso, die Bombe liegt da. Nein, nein. Einer ist A, um die Main herum. Könnte hinter, beim Shadow Türchen sitzen, Bram. Wo ist Orange gerade? Oben in meinem Arm. Der A Spot. Der ist heaven. Geh mal zum Shadow Tür. Dann könnte der unten campen in der Ecke. Da ist er auch. Ja, drückt er mir einfach. Ja, drückt er mir einfach. Ja, ist egal. Guck mal, da waren die beide geschehen. Ja, Echo. 14. Runde? Ne. Ja, genau. Ich bin doch geschissen. Wir brauchen keine Echo. Wir brauchen keine Echo. Wir brauchen so nix. U. M. P. Ey, Peter, schreib doch mal was. Was denn? Ja, nicht jetzt. Jetzt werden wir. Schreib, das sind alles Lappen. Ja, dann werde ich mit, äh, 316 gestehe. Echt, Mann. Alles klar. Boah, durch. Oh, Leute. Ne. Boah, ich wurde voll erwischt. Wir haben noch 16 AP. Von der Main, von der Main, von der Main, von der Main, von der Main. Einer. Von den Secret kommt einer. Da ist eine Arbe. Hinten bei dir am spawnen. Lauf gerade durch die Shadow rein. Oh, Mann, ey. Den hole ich. Guck mal mal, Peter zu. Der macht ja wenigstens Kills. Den hole ich. Ja. Pass auf. Da kommt der Premium. Peter. Siehste? Easy. Easy. Wo sind die Waffeln hin? Da. Ey. Jetzt hat er eine Arbe. Jetzt geht ab. Jetzt kommen die sicken Klicks. Ich glaub immer mehr. Das ist die Bombe. Oh, hier habe ich Steps gehört. Oder war das meine eigene? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Guck mal, Heaven. Wie viele leben denn noch? Drei. Drei. Nice, Peter. Nice, Peter. Heaven. Heaven. Ich glaub der hat mich verarscht. Peter, du musst planten. 30 Sekunden, ne? Ja. Weißt du noch einmal die Bombe runter? Okay. Dann nicht. Dann geht's zu B. Ernsthaft? Ja, Peter. Okay. Fuck. Anti-toxic. Nein. Ach, der hat das Rotangezeug gekriegt. Oh, der hat das Rotangezeug gekriegt. Oh. Oh. Wie darfst du denn nach wenigstens Messer-Duellen? Was hat der denn für einen krummen Schuh? Hätte ich die OP behalten sollen. 5-4. So, hab ich Geld für ne... Ja. Nice. Jetzt GG. Ja? GG. Ja, sofort ist wirklich GG, glaub ich. Nee, die holen wir jetzt. Auf jeden Fall. Ratsi, halt. Ich hab nicht. Oh, die Flash war aber auch klingel. Alter, ich bin durch den Rauch einfach tot. Nice. Sehr schön. Easy. GG. Replace. Ah, 4-15, dann kann man sich geben. Ah, man ja, kann man besser als hier. Oh nein. Oh, läuft. Da folgt dir einer, ähm, es ist... War das nicht J? Ist B frei? Keine Ahnung. Keiner von uns ist B. Das kann ja keiner sein. Rechts, rechts hast du einen. Da, da drin ist er. Alles klar, ich geh mal nach A. Der ist unten... Toxic. Da kann doch ganz einfach videoiert werden. Voll geil, wie viel Speed die Granaten da runterfliegen hier. Werden von ihrem Luftstrom angesaugt. Oh, wow. Warum schießt du? Du schießt da einfach! Oh, Heaven! Alter, ich dachte schon, der ist da jetzt. Ja, der ist da doch auch, Heaven. Ich dachte, der ist da jetzt. Hat der Ninjas. Will er. Will er. Nice. Sehr schön. Eine Minisekunde. Holy shit, war das knapp. Ach so, war auch eine Minisekunde. Ja, guck mal, jetzt wieder hier, P90. So, ich hab gehört, die Runde holen wir auch noch. Alles klar, wenn ihr das unbedingt wollt. Jede Runde ist... Vorteil. Das stimmt. Es sind auch nur noch elf. Ja. Oder zehn. Zehn. Also, zehn plus die. Moment. Hey, wir können nur 15-15 machen. Was, wir können nicht 15-15? Klar, oder? Wir können höchstens 15-15 machen. Ach so. Draußen ist keiner. Ich nicht. Hast du auch Main rein? Ich glaub, die haben, äh, Echo. Du willst Main rein? Ja. Einer war noch am Spawn. Echo. Wo blendet man? B, 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 B. Lol. Einer war noch draußen. Da, bei dir. Genau. Okay. Easy. Da ist einer schon unten. Antifoxig. Scheiße. Na, easy. Na, easy. Nice. Wird einfach gefickt. Gut geschossen, ey. Entscheidungsrunde. Alter, Entscheidungsrunde. Mensch, da hatten wir auch gar nicht. Wir brauchen einfach den Druck. Alles klar, Vent Rush. Vent Rush. Alles klar. Ich könnte Windrush machen. Ich auch. Let's go. Ja, mach mal. Tats, 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 tats. Aber nimmst du die Bombe mit oder dann lässt du die Bombe mit? Wir gehen rein. Ich geh außen. Keine Antwort ist ohne Antwort. Alles klar. Nee, ich will die mit. Die kommen vor. Die kommen vor. Okay. Da ist noch einer. Bin tot. Der hat mich in einem Main gemacht. Der ist Main jetzt. Wahr Leute, B-Spot. Einer ist unten links in der Ecke. Nee, nee. Der kommt nicht von Sepp. Er ist unten. Oder war der zumindest gerade. Der ist jetzt meine Aave. Boah, der hat sich ernsthaft da in die Ecke gehofft. Alter. War das bei mir oder bei dir? Der ist tot. Stimmt. Also, nicht du. Jetzt bist du tot. Bis auf den. Die sind da alle unten. Ja, die Relefanten sind halt unten. Ja. Die Sie. Ja, guck mal, haben wir doch noch geholt fast. Sie waren alle negativ. Ey, ist das schlecht. Ich habe eine Kiste gekriegt. Nice, Peter. Den, Peter. Das ist eine Trostkiste. Für 24 kriegst du echt Trostkiste. Ja, das glaube ich wirklich. Alter, das ist jetzt krass. Ah, war gut. Peter. Jetzt habe ich eine schöne Runde gehabt. Worst game ever. Kannst du an einer Hand abziehen, Peter. Ach, Peter ist gedrackt worden. Oh, Peter. Das ist aber ein Zufall. Oh, Mensch. Nur verdient. Well played, Peter. Hab jetzt auch wieder die sicken Klicks draus. Wenn euch die Folge gefallen, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Wir würden uns darüber freuen. Oder schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von irgendeinem anderen Spiel auf unserem Kanal. Oder auf www.pidsmail.de. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.